Dieses zum Kauf angebotene 14 Zimmer Mehrfamilienhaus befindet sich in Neuenburg. Das im Jahr 1920 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1200 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 406 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 499.000 Euro zum Verkauf. See Immobilien Management GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.